Liebe Leserinnen und Leser, Anmerkung der Redaktion Bei Drachenpocken handelt es sich um eine magische Mutation der Pocken, die im schweren Verlauf zum Tod der erkrankten Person führen kann. Viele hundert Jahre galten Drachenpocken als unheilbar. Erst die berühmte Heilerin Gunhilda von Gorsemoor fand ein Gegenmittel. Diese Errungenschaft machte sie so berühmt, dass ein Gemälde von ihr im St. Mungo-Hospital hängt und in Hogwarts auch eine Statue zu finden ist, die sie als buckelige, einäugige Hexe darstellt. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten in dieser Woche und danken für ihr Verständnis während dieser schweren Zeit. Spenden und Geschenke an Rita schicken Sie bitte an ihr Krankenzimmer mit der Nummer 23. Rose Amorin, Pressesprecherin des Daily Prophet Verlags.